Hallo euch allen, das ist wieder bei Madden NFL 19. Wir sind zurück in der Pass-to-the-Draft-Serie. Wir haben das elfte Spiel der Late-Round-Hero-Highlights zu spielen. Wir sind als Richard Sherman oder mit Richard Sherman und den Seattle Seahawks unterwegs im Jahr 2011. In der achten Woche gegen die Cincinnati Bengals. Wir spielen hier zu Hause in Seattle. Unsere Aufgabe relativ einfach, wir dürfen in diesem Drive keine Punkte erlauben und kriegen noch einen Bonus, falls wir es schaffen, eine Interception gegen diesen Mann, gegen Andy Dalton, zu erzielen. Wir sind im dritten Quarter, also wir werden hier nichts mit Hail Marys zu tun haben. Ehrlich gesagt, da wird das schwierig. So, zweiter Versuch und 10. Beides immerhin eine 39-Jahr-Klinge hat. Dafür muss Dalton halt echt weit werfen. Wir dürfen ja keine Punkte zulassen, also auch kein Field Goal. Also wir dürfen uns hier keine Späße erlauben in irgendeiner Form. Der Ball ist jetzt schon an der 36-Jahr-Linie. Dritter und 7. Das ist nicht schick. Wir gehen in eine Sound-Coverage. Was eh schlauer gewesen wäre, fällt mir da gerade ein. Dritter und 7. Wir wollen ja eine Interception forcieren. So, Dalton unter Druck, wirft vollständig. Guten Tag, jetzt haben wir ein Problem. So, der Ball ist jetzt an der 23-Jahr-Linie. Neuer erster Versuch. Dalton unter Druck, kann sich da überall befreien. Das ist nicht wahr. Und das ist ein Fumble. Aber der Ball geht ins Aus. So gut war. Andy Dalton hat keine Anspielstation getrunken. 2.3. Der Ball ist an der 16-Jahr-Linie. Also ein Field Goal hätten sie drauf. Wir sind ja mitten im Spiel, also werden sie natürlich versuchen, hier einen Touchdown zu erzielen. Green geht auf der rechten Seite in Motion. Da ist der Ball. Das ist ein Fumble. Wir haben ein Turnover. Damit werden wir es auch belassen. Wir brauchen hier nicht auf Teufelkammer aus eine Interception. Wir haben die Challenge geschafft. Wie hat Force and Interception da? Da bin ich sonst 100 Jahre dran und das machen wir nicht. Wir haben die Challenge geschafft. Darauf kommt es an. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.